Kubur bedeutet für mich ein sehr guter Ort, um zu leben. Und wenn du ein Student bist, ist es der beste Ort, wo du ihn findest. Ich mag die Stadt und die Universität. Es ist also keine klassische Großstadt, wo jetzt eine Uni ist und man geht irgendwie in der Menge unter, sondern man kommt hier relativ schnell an und fühlt sich gleich wohl und zu Hause. Es gibt hier Programme zum Ankommen und zum Einstieg ins Studium an der Hochschule Kubur. Im höhere Semester kümmern sich um die Erstsemester. Sie versuchen uns immer zu helfen, mit den Studierenden oder mit dem Apartment. Ich lebe in einem Wohnraum, der Haus Kubur nennt. Und er ist neben der Schule. Und auch runter in die Stadt, zum Bahnhof beispielsweise, läuft man nur zehn Minuten den Berg ab. Alles, was man hier so braucht als Student, das ist alles auf ganz kurzem Weg erreichbar. Mein Lieblingsplatz ist der Hofgarten. Und ich mag es, weil es sehr schön ist, wenn wir ein schönes Wetter haben, um sich zu relaxieren und Menschen zu treffen. Mein Lieblingsplatz ist der Marktplatz. Weil zum Beispiel jetzt im Sommer sehen wir alle Menschen hier, sie treffen, sie haben ein Essen. Und es ist auch nicht zu weit von hier die beste Kubur. Coburg ist eine Art Stadt und es gibt so viele Geschichten. Zum einen findet halt im Juli das weltweit zweitgrößte Samba-Festival statt. Das ist immer ein Riesenevent. Zum anderen ist hier auch einfach sehr viel Natur um Coburg rum. Es ist einfach schön, noch mit dem Fahrrad einfach rauszufahren. Beispielsweise zum Goldbergsee. Auf der anderen Seite kann man auch gerne mal ein Bierchen trinken im Biergarten im Sommer oder eine ganz berühmte Coburger Bratwurst genießen. Das ist auch hier ein Highlight. All the people I know are very nice. And I know them specially from out of class activities. Wir haben einen Hochschulchor und eine Big Band. I think the most important that I'm gonna miss is my friends and also all the culture from Germany. Good friends, new experiences, beautiful places. Also das ist die Summe des Ganzen, die das ausmacht, dass ich mich immer wieder gerne an Coburg und an das Studium hier erinnern werde.